Ist ja ein Ding. Hier macht jeder, was er will. Meine Lieblingsmütze ist weggeflogen. Beidrehen, aufpicken. Aber Sir, wir sind im Einsatz. Ach ja, richtig. Wir holen Sie auf dem Rückweg ab. Die Stelle braucht eine Markierung. Setzen Sie Rabinowitz in ein Boot und lassen Sie ihn im Kreis rudern, bis wir zurück sind. Das wird Tage dauern. Ach, dann werden Sie ihm ein paar eingelegte Gurken mitgeben, die von der letzten Fahrt. Muss ich dann an alles selbst denken? Ein paar Mickey-Maus-Hefte noch dazu, dann ist der Mann glücklich. Eingelegte Gurken sind alle. Die reinste Anarchie. Ein Admiral ohne Mütze, da erkennt mich doch keiner. Meine arme Mütze allein da draußen im Ozean. Und ich kann nichts für Sie tun.